Fall Guys, Ultimate Knockout, let's play! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja meine Freunde, heute kommt das letzte Video, die letzte Runde aus der Session, die ich jetzt gestern auch schon gebracht habe. Und vor allen Dingen war es der letzte Rest aus dem Event, beziehungsweise einfach aus der Zeit, wo ich selbiges gespielt habe. Ich hatte einfach Bock noch ein letztes Mal zu spielen, eine ganz entspannte Normalo-Runde, wenn man so möchte. Und mehr gibt es eigentlich dazu auch nicht zu sagen. Deshalb schicke ich euch jetzt einfach in die 75. Solo-Runde. Chronologisch ist es die 92. Episode, das 92. Turnier und wünsche dazu wie immer viel Chaos und viel Spaß. So meine Freunde, immer noch die Session, bei der ich die Quest jetzt da vorhin beendet hatte. Auch wenn die Quest nur noch gefühlte 5% waren. Aber Hauptprogramm. Ich möchte jetzt mal wieder Solo spielen und für mich allein verantwortlich sein. Aber das Spiel hat man in der Team-Geschichte auch. Naja, egal. Nehme ich trotzdem. Jetzt kommt es wenigstens nur auf mich an. Ich dachte mir, wenn ich schon sitze, kann ich auch noch ein Hauptprogramm machen. Und ich habe immer noch mein Jack-Weihnachtsmann-Kostüm an. Und ich habe Jack Skeleton tatsächlich im Shop gekauft. Aber ich muss ja nicht gleich alles auf einmal anziehen. Das macht ja keinen Sinn. Ich habe das ja freigeschaltet. Wollte eigentlich sagen, mühsam freigeschaltet. Oder bist du mühsam was kann? So mühsam war es gar nicht. Nö. Oh, okay. Da fand ich Fallowina so bedeutend schlimmer. Oh. Hier lasse ich mich einfach fallen. Oh, dann kann ich nämlich laufen. Weh, du schubst es mich. Sollte ich ja nicht lachen. Na gut. Halt's Wappen. Wegen dem... Nein, noch nicht jetzt. Oh Gottes. Ja, du bist natürlich ein Eumel. Ui. Okay. Du bist da. Meine Güte. Jetzt musste ich mich kurz räuspern. Deswegen hat man kurz den Mauszeiger gesehen. Glauben. Es war doch jetzt eigentlich ganz gut, wie ich das gemacht habe. Ja, ja, ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Alles klar. Silber bei der Medaille, wollte ich sagen. Das hat immer den Nachteil. Jeder zweite hat einen An. Wobei... Nur ein weiterer. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass manche das nicht geschafft haben. So, ich denke, manche wollten vielleicht das Event nicht oder haben es übersehen oder haben es einfach nicht angezogen. Das Kasten. Keine Ahnung. Jetzt gibt mir mal was, was ich dann nicht schon tausendmal gespielt habe. Danke. Weil bei dem Nashorn war ja auch immer dasselbe bei diesem... Wie hat es ja geheißen? Jetzt weiß ich nicht mehr. Ayo oder irgendwie so oder ich weiß schon gar nicht mehr. Totale Schieflage. Das habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr gespielt. Oder sagen wir es mal so. Das war ja in den Videos, wo ich die neue Saison begrüßt habe. Ja, da ist halt wichtig, dass man gut vorne wegkommt. Wie hat er hier jetzt nochmal geheißen aus dem Event? Ich weiß es gar nicht. Rajo? Ayo? Ich weiß nicht mehr. Weil da waren ja auch immer dieselben Spiele. Und manches komme ich mir so vor, als hätte ich schon tausend Jahre nicht mehr gespielt. Was ist das, was ich durch Ringe springen oder... Keine Ahnung. Sowas. Ich bin jetzt nicht mal der Erste, aber auch nicht mal der Letzte. Hui. Au, das war relativ schnappig. Ja. Zeitlich vorbei. Ich kenne das schon. Ich habe das tausendmal gespielt. Ungefähr jedenfalls. Ich weiß, wie die Tricks hier gehen. Ich bin ein Trickster. Ah. Schade, ich dachte, ich schaffe es. Aber ja, da gab es, glaube ich, so einen Jumpy. Das hätte ich nehmen sollen. Das habe ich aber damals auch nicht. Egal. Egal, 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 egal. Ja, dann nehmen wir mal das Jumpy. Hä? Das war... Hä, was? Hä, was ist das jetzt? Habt ihr gesehen? Das hat geglitscht. Hä, habt ihr gesehen? Hä? Ich konnte gerade nicht hechten. Und als ich gespawnt bin, habt ihr das gesehen? Als ich gespawnt bin, bin ich irgendwie so seitlich geboxt worden. Da war gar keiner. Hä? Das hat jetzt voll gepackt gerade. Ich konnte nicht jumpen. Das hat... Hä? Das kostet mich jetzt, oder was? Ey, warum habe ich eigentlich immer, wenn ich das schieflage, spiele, Witches? Ja, jetzt schaffe ich es ja nicht mehr, oder? Bin ich so oft daneben gejumpied. Auch, weil der mich jetzt hier... Ähm... Na, ihr wisst schon. Au. Jetzt schaffe ich es ja nicht mehr. Ich gebe zwar jetzt nicht auf, weil die anderen machen ja vielleicht auch noch Fehler oder so. Aber vielleicht kriege ich es ja doch noch einen. Ah, das war es doch jetzt komisch, oder? Ah, das wird knapp, oder? Ah, ne. Das ist nicht knapp. Na, du bist ein ganz toller. Habt ihr das gesehen? Ich schwöre, ich habe die Hechten-Taste gedrückt. Das ist nichts passiert. Und dann spawne ich. Und dann flitsche ich nach rechts. Wie als hätte mich irgendwie ein unsichtbares, was auch immer, getroffen. Hab' ich nicht verstanden. Ja, manchmal bugt es. Gerade auf der Map. Oder? Hm. Oh, voll. So souverän war das jetzt nicht. Aber, oh, voll. Der links sieht aus wie so ein Bonbon, wo man da irgendwie so... Wie heißen die? So, so... Wie sagt man denn? Sahne-Bonbon oder sowas. Wieso, ne? Ganz schön teuer war dieser Jack-Skeleton. Der hat 22.000 Kronen, will ich schon sagen. Das ist nicht mehr ein bisschen viel. 22.000 Kudos hat er gekostet. Das war nicht wenig. Das war eigentlich ein Drittel meiner Kudos fast schon. Naja. Oh je. Da hab' ich... Also in real life... Ich hatte ja so eine Art... Oder so eine Art Weihnachts... Ja, Weihnachtsspecial, genau. So eine Art Weihnachtsspecial. Spezial. Weihnachtsspezial. Und da war auch heute eine Folge... Bei mir heute... Auch mit Abschweifen. Wenn ich nicht total daneben liege. Da hab' ich noch beim Angucken gedenkt... Das ist ein sehr anstrengender Modus. Weil man halt irgendwie... Aua. Ja, genau. Das glaubst du auch so nicht. Aber die Kamera, ne? Vielleicht... Ich hab' nicht flitscht sich weg. Flitschi! Aua. Schlechte Idee. Komm, 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 komm. Put, 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 put. Hui. Ja, das hoffe ich doch. Ich behaupte mich gut. Aber das ist immer dasselbe. Ich hab's schon tausendmal erklärt. Ich sag's nicht nochmal. Du kannst das drei Minuten haben. Ja, seht ihr? Und schon geht's nämlich los. Jetzt hab ich's nämlich nicht mehr. Genau das hab ich gemeint. Genau das hab ich gemeint. Muss ich mir einen besorgen. Jetzt muss ich mir einen besorgen. Ja, da, 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 da. Mein auch. Hey, wer war das? Ich hab die Kamera nicht gesehen, gell? Jack Skeleton, gib mir deinen Schweif oder ich werd sauer. Nein, den lass ich mir jetzt. Äh, lala. Wird ich, dass ich wieder Buzzerbeater mache? Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich finde, das war recht souverän. Warum habe ich immer das Bedürfnis, dass ich da mitsinge? So was Blödes. Tja, ja. Auch das kam, glaube ich, in dem Video vor. Es ist fast ein bisschen... Man hat das Gefühl, oft sind die paarweise die Spiele oder so. Wüsste ich mal? Ich versuch's. Ich versuch's. Ich endete eh bitte damit, dass ich Hexagon oder Eis spiele und dann verliere. Das weiß ich auch so. Oder du hast mich auch noch festhüllt. Oder flippermäßig von drei Sachen auf einmal getroffen. So ungefähr, stell ich mir das vor. Oh, Früchte. Früchte ist noch was anderes. Die sind wesentlich rund. Aber da kommen, glaube ich, auch mehr. Wobei, Dämoni ohne ist natürlich. Ich wollte sagen, diese scharfkantigen Gamepads und was da alles fliegt. Das ist immer so eine Sache. Das müssen wir gar nicht so viel ausschalten. Warum denn so wenig? Kann mir sonst sogar sein. Der ist auch weg. Ah, nee, er hat sogar lebt. Der hat das geschafft. Der hat das geschafft. Ich achte gar nicht auf mich. Ich achte nur auf die Früchte. Oh, das hat mich glaube ich gebrochen. Das ist die Früchte, die Früchte, die Früchte. Also geht er mir nerven. Weil irgendwann, da bist du ein Mich. Ja, oh mein Gott, aber... Also ich wollte gerade sagen, da muss ich jetzt weg von dieser Melone, die vor mir liegt, weil das ist natürlich eine Abschlussrampe. Okay. Ja, es müsste aber einiges Finale kommen. Ist eh wieder Eis oder sowas oder Hexagon. Egal. Mal ein neues Finale könnten wir eigentlich machen. Wobei es gibt ja viele. Ja, Sprungprobe nämlich. Das habe ich nämlich schon mal gewonnen. Und das finde ich gar nicht mal so blöd. Ich bilde mir einen da nicht so schlecht zu sein. Wobei das glaube ich die... Ja, ich wollte es gerade sagen. Das ist die Sprungprobe mit dem Ventilator. Und da weiß ich nicht, wie ich mich zu wehren habe. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man zu dicht an den Rand geht, dann hat er so einen Schwung auf einen. Man muss fast ein bisschen nach innen gehen, damit der Schwung aufhört. Außerdem bin ich ziemlich davon überzeugt, dass auch der Boden wegbrechen wird. Also, naja, wir werden sehen. Der ist der Beste gerade, der Sahnebonbon. Der ist gleich mal draußen. Der hat das... Man könnte aber den Ventilator davonlaufen. Gut, ein Stück weit. Gehe ich ja nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich da wehren kann. Ehrlich nicht. Das war nicht gut. Und jetzt? Wie wäre ich mich jetzt da? Ein Blocker. Oder was? Gott, da ist ja ein Hüpfie. Oh mein... Mensch, will auch bemüht sich doch halt mal. Zumindest muss ich die Insel nicht verlassen. Ich nehme mal so Leute als Block oder irgendwie so... Oh Gott. Ey, ich kann doch nicht auf alles achten. Ja, genau. Wart mal drauf, dass es mich an der festhält. Und sich mit runterheißt. Jetzt wird es heiß. Okay. Ich glaube, es hat mich an der festgehalten. Sicher bin ich mir jetzt ehrlich gesagt, nicht? Ich glaube, es hat mich an der festgehalten. Ja, will doch keiner wissen. Wenn ich festgehalten wurde, sowieso. Aber ich sage jetzt nicht, dass ich festgehalten wurde. Ich habe das nämlich schon mal gesagt in einem Video. Und da hat es nicht gestimmt. Vielleicht bin ich auch hängen geblieben. Ich weiß nicht. Egal. Ich bin trotzdem zufrieden. Kann man nicht anders sagen. Oh yeah. Ja, ich habe mein Event gemacht. Ich war hier im Finale gleich beim ersten Hauptprogramm. Passt soweit. Passt soweit. Für heute war es das auch mal in der Session. Aber danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.